In diesem Video geht es um das Supervectoring-Modem Zeichsel VMG3006D70A. Und damit willkommen bei CLP Tutorials. Mein Name ist Christoph und an der Stelle ein herzliches Willkommen. Dieses neue Supervectoring-Modem gibt es jetzt seit kurzer Zeit auf dem Markt und ist damit das dritte reine Supervectoring-Modem, das man in Deutschland kaufen kann. Und aufgrund dessen, dass es sich aufgrund der Ausstattung ein bisschen von den anderen Modellen unterscheidet und auch kostentechnisch etwas niedriger angesiedelt ist, habe ich mir überlegt, okay, wir müssen uns das Gerät auf jeden Fall hier anschauen. An dieser Stelle vielen Dank an die Firma Zeichsel, die mir dieses Test-Sample bereitgestellt hat. Vielen Dank. Ich würde sagen, wir starten jetzt erstmal ganz grob mit der Ausstattung. Wenn wir uns das Gerät mal hier genau anschauen, fällt auf der Rückseite aus, sieht erstmal aus wie ein ganz normaler Router. Vom Prinzip her ist es sowas auch, allerdings halt in einem Modembetrieb versetzt. Wir haben hier folgende Schnittstellen. Als erstes die DSL-Schnittstelle, die Supervectoring-tauglich ist, also Profil 35B stellt hier natürlich dementsprechend kein Problem dar. Dann haben wir vier Ethernet-Ports, die haben aber unterschiedliche Funktionen. Das muss man kurz erklären. Diese drei Ports hier sind dafür da, um eben einen Router, Firewall etc. hier hinter anzuschließen, um dann eben darüber die PPPoE-Einwahl vorzunehmen. Dieser Port dient als Management-Port. Das heißt, hier ist ein DHCP-Server aktiv. Wir erhalten eine IP-Adresse und können dann auf das Webinterface des Routers zugreifen. Von den Schnittstellenbezeichnungen her bedeutet das nochmal ganz schnell, LAN 1 ist die Management-Schnittstelle und LAN 2, 3 und 4 ist eben für dahinter betriebene Firewalls, Router etc. gedacht. Dann haben wir einen SFP-Slot, hierbei wichtig. Der ist zwar hardware-technisch vorhanden, wird aber von der Software aktuell nicht angesprochen und wird auch nicht vermarktet. Also der ist zwar ein Hardware, wie gesagt, da aber kann nicht verwendet werden. Dann haben wir den Power-Button und dann gibt es noch den Stromanschluss. Auf der Front haben wir dann hier noch die verschiedenen LEDs, die den Status des Systems anzeigen. Und vom Prinzip her war es das. Mehr gibt es hier erstmal so nicht zu berichten. Ich würde sagen, wir legen an der Stelle erstmal los und schauen uns mal an, was leistet denn dieses Modem. Bevor ich das Modem an den DSL-Anschluss angeklemmt habe, habe ich natürlich die Firmware aktualisiert. Die hier eingeblendete Firmware ist die Firmware, mit der ich dieses Modem getestet habe. Das Ganze an einem Super-Vectoring-Anschluss und hierbei habe ich folgende Werte erzielt. 276 Megabit Synchronisierungsrate in Downstream-Richtung und eben Upstream eine Synchrate von knapp 44 Megabit. Das Ganze sagt jetzt so erstmal relativ wenig aus. Wir müssen das in Relation mit anderen Produkten setzen. Wird jetzt hier an der Stelle eingeblendet. Und da sieht man schon, das Zeichsel-VMG30-06-Modem ordnet sich schon eher weiter hinten ein. Ist also von der Synchrate jetzt erstmal nicht so wahnsinnig beeindruckend. Aber das stellt im Alltag erstmal kein Problem dar. Warum? Wir können zwar aktuell an den Super-Vectoring-Anschlüssen, zum Beispiel von der Telekom, sehr hohe Synchraten fahren. Man sieht ja hier bis 292 Megabit im Downstream beispielsweise. Aber aktiv nutzen können wir trotzdem nur in Anführungszeichen ca. 260 bis 265 Megabit im Downstream. Und die bekommen wir natürlich hier mit dem Zeichsel-VMG30-06 genauso umgesetzt. Deshalb entsteht im Alltag hier natürlich kein Nachteil. Trotzdem möchte ich es erwähnen. Also falls die Provider irgendwann sagen, hey wir bieten dir da noch ein bisschen mehr an, dann ist man hier wahrscheinlich ein bisschen schwächer aufgestellt. Ich sehe aber da an der Stelle erstmal nicht in der Zukunft, dass sowas kommen wird. Also von daher ist das in meinen Augen erstmal keine Schwäche. Wenn wir dann mal auf das Webinterface zugreifen, was über den LAN1-Port geschieht, via Management, dann bekommen wir hier eine ganz einfache Oberfläche dargestellt. Also wir können hier nicht viel konfigurieren, können auch nicht viel machen. Was vielleicht für den einen oder anderen am interessantesten ist, ist der Punkt Virtual LAN, also VLAN. Damit ist es möglich, den VLAN-Tag hier im Modem zu setzen. Das heißt zum Beispiel bei Telekom-Anschlüssen benötigen wir ja den VLAN-Tag 7. Und den können wir hier im Modem setzen. Das bedeutet, der Router oder die Firewall, die ich dahinter anschließe, benötigt dann keinen VLAN-Tag mehr. Das ist natürlich vor allem dann interessant, wenn man internationale Produkte einsetzt, die, ich sage jetzt mal, nicht unbedingt für den europäischen Markt designt sind oder von mir aus auch nicht für den asiatischen Markt und dann vielleicht eben wirklich keine VLAN-Unterstützung bieten. Und das ist dann in der Regel natürlich ein Problem an Anschlüssen hier zum Beispiel bei der Telekom. Und da könnte dieses Modem dann halt einfach eingreifen, indem es den VLAN-Tag selber durchführt. Also das ist an der Stelle, denke ich mal, eine ganz, ganz schöne Sache. Was haben wir noch? Vom Prinzip her bekommen wir dann alle möglichen Informationen noch angezeigt. Also DSL-Syngrade, die Statusmeldungen zu dem DSL-Anschluss, also das ganze Thema halt. Und wir haben die Möglichkeit, User anzulegen, die mit verschiedenen Rechten ausgestattet werden. Also das heißt, man kann hier auch einen User erstellen, beispielsweise der ausschließlich einen lesenden Zugriff hat und dann einfach hier auf das Gerät drauf schauen kann, um mal zu gucken, ist da alles in Ordnung. Beispielsweise, wenn ihr als IT-Dienstleister das Ganze bei einem Kunden aufstellt und sagt, okay, der Kunde darf mit drauf gucken, aber er darf nichts ändern, dann wäre das zum Beispiel so ein Thema. Jetzt sind wir natürlich auf das Thema Management soweit eingegangen. Aber wir müssen noch einen wichtigen Nachteil aufzeigen, der in der einen oder anderen Situation sicherlich unpraktisch oder unvorteilhaft ist. Dieser Management-Port hat auf der einen Seite die Default-IP-Adresse 192.168.100.1. Das ist die eine Seite. Dann hat er automatisch einen DHCP-Server aktiv, ist auch soweit legitim. Das Problem ist, das können wir nicht ändern. Und wenn du jetzt lokal in deinem Netzwerk ein hunderter Netz aktiv hast, dann wird es schwierig, das Ganze dann zum Beispiel an einem dedizierten Interface deines Routers anzubinden, um dann zum Beispiel aus deinem lokalen Netzwerk einfach auf das Management-Interface zuzugreifen. Da muss man ein bisschen schauen, wer ein anderes Netzwerk lokal verwendet, der kann das natürlich irgendwie dann trotzdem einbinden. Ich sage mal, über ein dediziertes Interface von einem Business-Router beispielsweise lässt sich sowas ja problemlos lösen. Klar ist natürlich auch, für Privatkunden heißt es natürlich in der Regel, dass wir den Management-Port nicht so ohne weiteres ins lokale Netzwerk integrieren können bzw. sollten. Man kann sich natürlich auch, wenn man zum Beispiel irgendeinen Privatkunden-Router vorneweg hätte, theoretisch mal betrachtet, könnte man natürlich hinten ein Managed-Switch aufstellen und dort irgendwas mit Faulerns basteln. Also ich sage mal, wer zum Ziel kommen will, der kommt irgendwie auch zum Ziel. Aber ich sage mal, in der Realität werden wir es wahrscheinlich so einsetzen, das Modem anschließen, hinten dran den Router oder die Firewall und den Management-Port werden wir dann erstmal nicht bestücken, sondern im Szenario, dass irgendein Problem auftritt, dann klemmen wir uns halt mit dem PC drauf. Muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden, aber ich möchte auch mal ganz klar hier diesen Nachteil aufzeigen. Ja, vom Prinzip her war es das zum Thema Management. Im Großen und Ganzen muss man natürlich sagen, so wahnsinnig viel kann man zu den Zeigsel-VMG 3006 natürlich auch nicht erzählen, weil es stellte DSL-Zugang bereit und im Großen und Ganzen war es das. Und das hat es wirklich gut gemacht, muss man wirklich sagen. Also es lief in der gesamten Testphase einwandfrei ohne Probleme. Wie gesagt, das Thema Synchrate, die fällt etwas niedriger aus, aber ansonsten gibt es hier keinerlei Abstriche aus meiner Sicht. Jetzt haben wir das Ganze noch nicht im Preis-Leistungs-Verhältnis und in der Konkurrenz eingeordnet. Da muss man natürlich sagen, zu dem Zeitpunkt, als ich das letzte Mal geschaut habe, im Preisvergleich, was der gekostet hat, hat der ca. 85 Euro gekostet. Jetzt gibt es vom Prinzip her zwei Konkurrenzmodelle. Es gibt einmal ein Allnet-Modem, das empfehle ich auf gar keinen Fall, ist von ZTE, ist, ich sage mal, firmenwertechnisch, was da mit Updates, Pflege und so weiter angeht, absolut unklar. Auch die ganze Dokumentation ist völlig für den Eimer, wie man so schön sagt. Da ist das Zeigse VNG definitiv um Welten besser, sage ich jetzt einfach mal. Wenn wir uns dann den zweiten Konkurrenten anschauen, das ist das Draytech Vigo 165, dann sieht die Welt ein bisschen anders aus. Das Draytech Vigo 165 lässt sich natürlich viel tiefer anpassen, viel besser überwachen. Und gerade wenn es um das Thema Management geht, kann man das super einfach in ein Netzwerk noch mit integrieren. Also man hat diese ganzen Einstellungsmöglichkeiten. Auch eine Überwachung via SNMP beispielsweise ist mit dem Draytech Vigo 165 möglich. Jetzt ist natürlich auch immer die Komponente Preis nicht unbedeutend. Hier sind wir bei 85 Euro, beim Draytech Vigo 165 liegen wir bei ca. 115 Euro. Und an der Stelle der Hinweis, das habe ich hier auf dem Kanal auch schon getestet, entsprechendes Video ist in der Beschreibung verlinkt. Und deshalb finde ich, dass beide Geräte hier durchaus ihre Berechtigung haben. Möchte ich einfach ein Modem haben, das gut funktioniert und fertig, dann nehme ich das hier. Kostet 85 Euro, tut seinen Dienst und das war's. Möchte ich natürlich eine tiefere Überwachung etc. nutzen, viele erweiterte Einstellungsmöglichkeiten verwenden, dann stören mich wahrscheinlich die 30 Euro mehr nicht unbedingt. Und dann kann man natürlich zum Draytech Vigo 165 greifen. Also das ist in meinen Augen so der Entscheidungspunkt. Zusammengefasst heißt das, das hier ist aktuell das Supervectoring-Modem mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis auf dem Markt, wo man auch davon ausgehen darf, dass es mit Software versorgt wird, also gepflegt wird und dass es eben einwandfrei funktioniert. Es hat natürlich nicht nur Stärken, sondern auch die ein oder andere kleinere Schwäche, über die man aber meiner Meinung nach aufgrund des niedrigen Preises hinwegsehen kann. Die Alternative ist in meinen Augen ausschließlich das Draytech Vigo 165, das mit mehr Funktionen, besseren Features natürlich aufwarten kann, aber dafür wird auch ein deutlich höherer Preis abgerufen. Und dementsprechend finde ich es ganz schön, dass man jetzt die Entscheidungsmöglichkeit hat, zu sagen, hey, ich brauche einfach nur ein Modem und nichts groß weiter. Dann nehme ich einfach das hier, kostet nämlich weniger Geld. Oder ich möchte halt das Overkill-Gerät und dann nehme ich halt den Draytech. Im Großen und Ganzen war es das zu diesem Produkt. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und es konnte dir bei einer möglichen Kaufentscheidung weiterhelfen. Wenn du noch Fragen zum Zeichsel VNG 30 06 D 70 A hast, gerne die Kommentarfunktion verwenden. Unter diesem Video, ich werde das Ganze natürlich in Beobachtung halten und mich dann natürlich einklinken. An der Stelle wünsche ich dir noch eine schöne Woche. Ich hoffe, du hattest Spaß bei dem Video und gerne bis bald. Ich hoffe, du hattest Spaß bei dem Video und gerne bis bald.